Was bisher geschah? Der Professor erzählte Emmy und Luke aus seiner Vergangenheit, um mehr Licht auf die Gegenwart zu werfen. Ein gelöstes Rätsel soll zu dem Schatz führen, den Rutledge in seiner Geschichte der Frühzeit erwähnt. Randall bittelt Herschel und Angela, mit ihm zur Wand von Norwell zu gehen, damit sie das Geheimnis vor Ort lösen können. Und da sind wir auch schon! Hallo, willkommen zurück bei Professor Leighton und die Maske der Wunder. Schön. Schön. Baumart ist sehr interessant. Dürriklus. Dürrikus. Ich finde es sehr schön hier, sehr schön gestaltet. Wow, ein Schild! Wer hat das denn nur zusammengebaut? Cool. Gut, gehen wir mal weiter an die Wand hin. Näher. Näher. Moment mal, was ist denn das? Warte, wo gehst du denn hin? Randy, es ist dunkel. Pass auf! Ich will nicht, äh, jetzt gleich mit ihm reden. Oh, eine Kuriosität! Ein eingedostes Mittagsmahl. Wow, okay. In den Pilzen. Hat was versteckt. Die wollen einfach die giftigen Pilze essen. Probieren wir mal, ob sie wirklich giftig sind. Ich glaube, es ist gut, dass Angela dabei ist. Dann haben sie wenigstens eine vernünftige Person dabei. Oder halbwegs vernünftig. Also. Seht euch das mal an. Lauter Fußabdrücke. Oh, da sind wirklich viele. Wir sollten vorsichtig sein. Man weiß nie, mit wem man im dunklen Wald so begegnen kann. Wow. Das klingt ganz schön beunruhigend, Randy. Die Abdrücke stammen doch sicher nur von Touristen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mysteriöse Fußspuren finde. Es kann nie schaden, einmal nachzuzählen, wie viele Leute sonst noch in der Gegend unterwegs sind. Ich habe mal kurz mein Handy lautlos gemacht. Wow. Abgebildet ist eine Brücke an einem Flussufer. Fluss. Flussufer. Der Boden ist ziemlich matschig, sodass jeder, der sich hier aufgehalten hat, seine Fußspuren hinterlassen hat. Die Schumur ist offenbar vielfältig. Können Sie ermitteln, wie viele Leute diese Brücke überquert haben? Äh. Also einer war barfuß. Eins. Einer hat so komische Bobbel in seinen Schuhen. Einer hat solche Stöckelschuhe angehabt. Einer hat solche Schuhe. Aber das sind nicht die gleichen wie die, oder? Ich glaube, es sind fünf, weil die da sehen für mich anders aus. Die sind so... länglich. Vielleicht weiß ich's. Nein. Dann sind's doch nur vier. Dann eben ein neuer Versuch. Geh nochmal in dich und versuch es erneut. Ich versuch's sowieso erneut. Na, dann könnten es doch sechs sein. Weil die Schuhe da sind viel kleiner als die anderen. Dann mal sehen. Was? Wieso nicht? Oh, aber ich dachte doch... Oh, ist doch behindert. Vielleicht sind's doch nur vier. Dann mal sehen. Warte mal, was war die Fragestellung? Wie viele Leute über die Brücke gegangen sind? Oh, aber ich dachte doch... Weil dann ist das wieder was anderes. Sag mir mal nochmal die Fragestellung. Oh, wie viele Leute die Brücke überquert haben. Na, ganze zwei. Ich weiß ja nicht, aber... Ups. Man sollte halt die Fragestellung genau lesen. Das war schon immer in der Schule mein Problem. Haha. Au, Mann. Trotz deiner fehlenden Leidenschaft bist du ein Naturtalent im Rätsellösen. Das muss ich wirklich zugeben. Ach, das war nur Glück. Tja, Herschel. Wenn du mit Renni unterwegs bist, wirst du nur seine oder andere Rätsel nicht herumkommen. Die Welt ist voller Rätsel, die gelöst werden wollen. In diesem Sinne, auf nach Norwell. Okay. Auf nach Norwell. Auf nach Norwell. Auf nach einem bestimmten Ort hin. Das ist sicher. Interessant, oder? Was sagst du? Auf welchen Ort? Genau das ist die Frage. Sag doch mal, Herschel. Magst du Rätsel? Nein, mag er nicht. Hat er doch schon her. Ja, weiß er doch. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein Versteck für eine Hinweismünze. Oh Gott, jetzt wird's dann ernst. Puh. Randall, wenn du wirklich recht hast, wäre das ein enorm wichtiger Schritt für die moderne Archäologie. Und dabei ist das so offensichtlich, wenn man es einmal gefunden hat. Oh, sieh mal, damit wird es noch klarer. Was ist das? Eine Abschrift eines Teils dieser Symbole. Sieh dir das an, Hersch. Wo haben wir neulich schon so ein solches Muster gesehen? Das kommt mir bekannt vor. Ach ja, das Fossil, das wir für Herrn Kolles zusammensetzen mussten. Das meinst du doch, oder? Ganz genau. Das Prinzip ist das gleiche. Man nehme ein Modell, zerteile es in mehrere Teile und fertig ist das Rätsel. Und das ist so einfach, dass keiner der Experten jemals daran gedacht hätte. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, Randall. Und das war erst der Anfang, Herschel. Wenn du das Rätsel erst mal gelöst hast. Wieso? Was passiert denn dann? Das wirst du schon sehen, wenn es soweit ist. Hm. Diese Abschrift des Wandbildes wurde in ein 16 Quadrate aufgeteilt und der Vorlage entsprechend eingeordnet. Bewege die Papierstücke nun so, dass ein zusammenhängendes Bild von 4x4 Feldern entsteht. Du darfst die Stücke senkrecht und waagrecht bewegen, aber stets nur ein Vierer rein. Och nee. Ich hasse doch sowas. Das ist kein Ding. Das ist kein Ding. Ich weiß nicht, was rauskommen soll. Woher denn auch? Ein zusammenhängendes Bild rausschieben? Kein Problem, aber was soll da rauskommen, bitte? Das da oben im Vierereck sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Rekonstruiere die Inschrift. Oh Mann. Gib mir mal einen Tipp. In drei Zügen. Okay. Wir müssen nur herausfinden, mit welchen wir anfangen müssen. Vielleicht weiß ich's. Ja, eigentlich hab ich's gelöst. Aber, hey, lassen wir das mal dahin gestellt. Wartet mal ganz kurz, ich hab hier grad ein Problem mit meiner Kette und meinen Haaren und das tut gerade ziehen. Aua. So. Ich hab auch keine Ahnung von Sternbildern, Alter. Die sieben hellsten Sterne des Sternbilds des großen Bären. Der Wege, der große Wagen dient vielen Wanderern als Orientierungshilfe, um den Nordstern zu finden. Ob dies der Hinweis ist? Ja, wer weiß. Super, Hirsch. Ich weiß schon, wieso wir so dicke Freunde sind. Jedenfalls ist dieses ganze Muster nur eine riesige Landkarte, die auf einen bestimmten Punkt weist. Wirklich? Für eine Karte sieht sie gar nicht detailliert genug aus. Schau doch. Die Karte unter dem Sternbild entspricht der Landschrift hinter den Hügeln. Ich bin über die Hügel bis zur Stelle gegangen, die auf der Karte eingezeichnet ist und habe gegraben. Und dort, meine werten Abenteurer, habe ich die Maske gefunden. Echt jetzt? Du hast sie ausgegraben? Du bist alleine in diese unbekannte Gegend gegangen? Ich nehme an, dass du niemandem Bescheid gesagt hast. Du hast mir doch versprochen, so etwas Gefährliches nicht zu tun. Sei mir bitte nicht böse, Angie. Zieh dir lieber das hier an. Was ist das? Ich habe diese Seite aus der Geschichte der Frühzeit von Rutledge kopiert. Das Symbol auf der Maske sieht exakt so aus wie jenes in diesem Buch. Es muss die Maske des Chaos sein. Leider habe ich ihren Zwilling nicht gefunden, die andere Maske, über die Rutledge schreibt, aber... Bist du da nicht etwas vorschnell, Randall? Ich meine, das mit dem Symbol könnte doch auch nur ein Zufall sein. Möglich. Aber das war noch nicht alles. In der Kiste, in der die Maske war, befand sich auch eine Steintafel. Und diese Steintafel offenbarte etwas ganz Außergewöhnliches. Oh, wie noch eine Enthüllung? Übertreibst du nicht langsam ein wenig, Randall? Da hat er recht. Nein, wirklich. Das ist doch das Tollste an der Sache. Die Maske ist nicht nur ein wertvolles Artefakt, sondern auch ein Schlüssel. Und nicht nur irgendeinen Schlüssel, sondern der Schlüssel, der uns zu einem historischen Schatz führen wird. Ach, nicht schon wieder. Du glaubst ernsthaft, dass da irgendwo seit Jahrhunderten ein Schatz liegt, der bis jetzt allen verborgen geblieben ist? Selbstverständlich. Nach gewissenhaftem Studium, über aller verfügbaren Informationen zur Maske, bin ich davon vollkommen überzeugt. Dieses Artefakt gehört zu einer Kultur, die noch wesentlich älter ist als alle bisher bekannten Zivilisationen. Überaus faszinierend dabei ist, dass diese Kultur uns der Unsrigen mit ihrem Wissen und ihrer Technologie weit voraus war. Der Schatz, den es zu finden gilt, ist nicht bloß schnöder Schmuck oder ähnlich oder... Es ist das Vermächtnis einer gesamten Zivilisation. Seht her! Dies ist der geheime Code, der auf der Steintafel verzeichnet war. Natürlich habe ich ihn entschlüsselt. Er dient anscheinend dazu, der Nachwalt Botschaften zu hinterlassen. Wer um diesen Code weiß, erkennt leicht, dass die Gravur auf der Maske ebenfalls eine Karte darstellt. Und wohin weist uns diese Karte? An einen legendären Ort, den Forscher seit langer Zeit vergeblich suchen. Nach Akbadein. Akbadein? Da müssen wir hin, Herschel. Du musst mit mir nach Ak... Akbadein fahren. Äh, was für ein Wort! Nein, Randy, das ist viel zu gefährlich. Das lasse ich nicht zu! Das lässt du nicht zu, Angie. Wie willst du mich denn aufhalten? Ich mache immer noch das, was ich will. Randy, du Dummkopf! Bei dir dreht es sich... Alles nur um dich! Manchmal weiß ich nicht mal... Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Was soll das? Hey, gib dich sofort zurück, Angela! Hey, jetzt rennt sie wirklich mit der Maske weg. Oh, zum Kuckuck! Sie würdigt nicht mal, die wertvolle das Ding ist. Los, Herschel, wir müssen Angela hinterher. Äh, ja, na gut. Gut, äh, wir folgen Angie im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tschüss!